Um genau 9.05 Uhr twitterte Manuel Neuer, fliehen gerade über Paris, dauert nicht mehr lang. Und tatsächlich flog die Fan-Hansa wenig später über die Fan-Meile und landete schließlich in Tegel. Und das unter zahlreichen Augen bzw. Handys. Denn die Berliner twitterten wie verrückt, sowohl Bilder der Maschine am Himmel, als auch vom Bus der WM-11 oder der überfüllten Fan-Meile. Generell wurde bei dieser WM nicht nur meisterlich Fußball gespielt, sondern auch gepostet und getwittert, was das Zeug hält. Sagenhafte 32 Millionen Tweets wurden rund um den Globus zum Finalspiel abgegeben. Darunter viele lustige Fotomontagen, die die Highlights der WM aufgreifen. Wie zum Beispiel Deutschlands glorreichen Sieg über Brasilien. Dabei stand vor allem Keeper Manuel Neuer im Vordergrund, der einerseits durch seine großartige Verteidigung des deutschen Tors auf sich aufmerksam machte und andererseits durch seinen Einsatz als vermeintlicher Elfter-Feldspieler. Weitere Internetlieblinge waren zum Beispiel Trainer Jogi Löw, der von 1Live in Anlehnung an den König der Löwen kurzerhand zum König Löw umbenannt wurde. Und natürlich auch der Final-Torschütze Mario Götze, der Deutschland zum Sieg führte. Dieser twitterte am Dienstag natürlich auch fleißig mit und postete zahlreiche Bilder von der Trophäe, vom Bus und von der Fan-Meile. Und wer weiß, vielleicht ist diese Wahnsinns-WM ja auch auf diesen schon fast wahnsinnigen Internet-Support zurückzuführen. Das Wundtippen hat sich also allemal gelohnt. Und zum vierten Mal holen wir den Pokal. Jetzt ist die Zeit nach 24 Jahren. Wir bringen ihn heim. Oh, 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 revoir.